Ja, Halli-Hallo, Hallöchen, ein All-Pick und ich werde mich als Phantom Assassin versuchen, um 900 Schaden mit einem Angriff anzurichten. Hoffe ich zumindest. Ach, Mann. Am liebsten würde ich das jetzt schon auswählen. Aber, naja. Nur noch 8 Kills und 90 Last Hits, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und, äh, wir wären dann soweit das Ganze zu gewinnen. Vielleicht nicht, aber... Was? Nein. Was erzähle ich da? Was meine ich da? Ne, wenn wir das haben, sind wir schon recht nah an... Sollte nicht allzu schwierig sein. Ähm. Oh. Äh. Genau, das hatte ich mir schon gedacht. Was sagt der Guide noch? Der ist dick. Aber ich habe ja kein Geld mehr. Hm, ich habe kein Geld mehr. Hm. Das kostet, ach so, kostet ja nur 300. Hm. Hier so ein Skin wäre bestimmt auch ganz nice. Hier mal dieser. Standard. Naja. Äh, ich gehöre zu den Level 20. Leute, beim... Oh. Battle Pass. Wunderbar. Oh, Gott. Eben habe ich ja, äh, 200 gewonnen, ne? Oh, ich gehöre zu dem Part, wo alles dies, über und über. I'm but a shadow. Keine Ahnung, ich würde eigentlich, äh, sagen, ich gehe auf die Safe Lane. Was ist das denn hier? Ich gehe nicht ein bisschen ausweichen, kannst du die ganze... ...und von den Milikarten, die keine Gegnerstellen in der Nähe sind. Aha. Das heißt, wenn ich eine Welle pusche... Oh, yes. Serubitiously. Creeping in. Was ist das denn? Lego Mio, was ist das denn? Wieso habe ich eigentlich ein Wad? Puh, naja, 72 Damage, grundsätzlich ja schon mal nicht schlecht. Ähm, Invoker, das könnte interessant werden. Tada, Mannerige an Informationen gekillt, er wird mich dafür hassen. Der hat erstmal recht. Ups, da hat einer den Knight. Junge, Junge. Wer ist das? Sniper, Tatsache. Total Fail eigentlich. Natürlich. Scheiße. Ja. Ich weiß, du bist glücklich, dass du mich wieder sehen kannst. Hm. Ja, vorsichtiger sein. Oh Gott. Wer wäre denn hier als... Das ist natürlich... Sobald der seine Ulti hat, habe ich dann in dem Moment ein Problem. In dem Moment habe ich dann definitiv ein Problem. Ja, dann mich einfach ranziehen mit meinem Weg in den Leben. Zack, zack. Und tot, würde ich mal sagen. Ähm... Scheiße. Sie gehen dann zu zweit auf einen los, der wenig Leben hat. Haben sie ja recht mit. Was zum... Envoker, was machst du? Ach, ich weiß, dass du da hinten dran bist. Oh Scheiße, im Ernst. Das ist wirklich... Optimal alles anders. Who cares? Who cares? So... Jetzt ist Waver tot. Wenn ich ihn jetzt nochmal... Sehen würde... Ich würde drauf tippen... Dass er sich da eher nicht... Wenn ich ihn in den Weg stellt. Oh ja, nein. Waver ist... Noch irgendwo. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. I will not hesitate. Okay. Oh. 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 Scheiße. Don't blink or you'll miss me. Scheiße. They see me not. Okay. Das war knapp. Gott, Junge, 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 Junge. Hm. Tja. Einmal sterben reicht für den Anfang. Definitiv. Deswegen... Oh. Okay. Sniper, pass auf. Muss nicht sein, dass du wieder... Oh, shit. Wo bin ich? Wo ist Waver? Oh, verdammt nochmal ist Waver. Sagt mir, dass er hier geblieben ist. Scheiße. Oh. 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 Im Ernst? Wieso? Oh. Fuck. Wieso kriege ich das gerade nicht hin? Oh. Erst Deutsch, dann teleportieren. Dann hätte ich ihn killen können. Oh, das ist immer so. Oh, ja. Das sollte mein Leben einfacher machen. Warte. Wird das... Ist das gerade aufgepoppt? Oder ist das nur gerade irgendwie... Dann wäre ich ja jetzt auf der Minikarte der anderen zu sehen. Ne. Hä? Ach, das ist verschwunden und darum habe ich... Ja. Alles klar. Die werden schlafen durch ihren Garten. Nicht blinden, du musst mich. Meine Ecken sind weg. Ha. Ja. Oh, scheiße. Was soll das denn? Man kann denn Illusionen von mir erstellen. Wasserkopien. Ich bin nur ein Schäden. Ha, ha! Ha, ha! Sehr gut. Hm. Ah, nein, 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 nein. Wer sind wir rewoven? Sie sehen nicht. Ich glaube, wir sind wir von uns, ja? Ja, ja? Hm. Ja, scheiße. Mann, Mann, Mann. Wir haben die Händler mal immer eingekühlt. Oh, Mist. Mhm. Mein Gott, ich habe auf den Kram keinen Bock. Ja. Level 5. Verdammt. Zu unvorsichtig. Aber ich habe auch so komische Scheißgegner. Mehr. 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 Dämmt. Oh, ja. Dang it. Chewie. Chewie. Ja. Wer ist das? 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 Weißt du? Da läuft sie hier rum, bis bei Levels, bei Min. 11, nicht auf Level 6. Einfach rein, wo was Scheiße läuft. Scheiß Idee, mit Sniper auf eine Länge zu gehen. Richtig Scheiß Idee. Ach, der ist ja schon... Der Broker ist zwar schon Level 10, Davor hat er aber auch einige Tode unsererseits nicht aufgenommen. Oder... Er ist nicht unterstützt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich könnte auch zu meinen eigenen Creeps... mich setzen. Ist ja klar. Irgendwie ist das schon klar, ja. Ach, Mist. Definitiv Lebensraub. Wobei ich die Maske zuerst haben will. Wo ich die Maske zuerst haben will. Wirkfd! Drift! Wirkfd! Das ist gut. Wirkfd! Wann? Wirkfd! Wirkfd! Scheiße, ey, ne? Ist natürlich den Falschen angepeilt. Ah, fünfmalig sterben. So ein Käse. Eine Waver-sam-Portion. Kacke. Die Rune wird sich auch schon jemand... Ne, doch nicht. Da hätte ich jetzt ziemlich fest mit gerechnet. So, Waver Level 8, ich brauche Level 7. Noch nicht stark genug. So, Waver könnte jetzt natürlich unsichtbar sein. Das Problem ist einfach... Ich würde eigentlich gerne den Worts da stehen. Hm. Mist. Wer auch immer hier in der Nähe ist... Der soll nichts bekommen. Hm. Ah, mein Obey. Ernst? Scheiße. Was? 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 Oh, was? Oh, Gott. I can't bear to be seen. Mann, oh Mann. Irgendwie bräuchten wir mal was, was uns davon... Ah, es hilft nicht so oft zu sterben. Weiß ich auch nicht. Ach, der hat eine Kopie. Ist der Fallschirm. Kann man da so... Wir brauchen ein Wort. Moment. Moment. Äh. Ich nehme mal an. Du meinst damit, dass man sich das kaufen kann? Ja. Das ist mir durchaus schon klar. Last Hitten zu haben. Geld zu bekommen, um mehr an Dings zu haben. Äh. Ja. Sie sehen mich nicht. Okay. Schreie, 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 schreie. Ich glaube nicht. Ja. A vicious double-slaying. Hm. Woah. A dominant performance. Pick them up. Oh my, oh my, oh my. Ah. Ah. Gott näher. Back from the shadows. So. Hm. Ramazin. Moving quickly. Very well. Gott, ich kaufe mir das mal ein bisschen hier. Quick strike. Ah. Wenn du dich auf die Qualität beziehst. Äh. Orny Rupert. Ah, das ist ja. Ähm. Ja. Ich, äh. Laste das Ganze hier ziemlich gut aus bei mir. Wenn jetzt mal jemand anderes noch im Internet wär, hätte ich schon wieder Probleme. Ich fühle mich blöd. Ich würde die Lebenspunkte auch, wenn ich Schaden als Ziel habe. Vor ich da irgendwie... Hm. Wer ist denn hier der Obermarker? Du bist das. Oder auch nicht. Okay. Nein, soweit bin ich noch nicht scheiße. Alles klar. Ähm. Hm, hm. Hm. Mist. Huh, 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 huh. Pff. Ich stin von den Schatten. Und... Hm. Mal sehen. Oh. Oh. Scheiße. Was ist denn hier mit? Scheiße. Der ist wahrscheinlich raus. Wie bin ich? Okay. Ja. Lark. Lark. Äh. Also, Lark. Lark. Mama kenne ich nicht. Und, ähm. Wenn nicht meine Fähigkeiten gerade meins. Es ist das zweite Mal, dass ich mit Phantom Assassin spiele. Äh, deswegen... Naja. Ein... APM Tracker. Was ist denn das jetzt? Ja. APM. APM. Ähm. Irgendwas per Minute. Attack. Ach so. Attack? Per Minute? Ist das denn mit gemeint? Action per Minute. Ja. Ist das dann... Zauber? Zauber oder Angriffe? Äh, nicht. Hm. Action zwei. Ich habe die Frage, welche Actions? Angriffe sind ja auch... Naja. Ja. Das wüsste ich gar nicht. Wie ist so ein... Tracker... Da... Ja, wir haben jetzt alles... Samt und auf... Ah, komm. Das hätte ich mal vorgemacht. Sie sehen mich nicht? Ja, ich... Ja, ich... Eine Skill? Da habe ich es manchmal noch nicht so raus. Ha! Das stimmt schon. Da habe ich mir immer noch was. Ich weiß, das hat jetzt nur Abklingzeiten, ne? Wäre eigentlich nicht so tragisch, wenn man es am Anfang nicht macht. Ah, verdammt. Mhm. Ah, verdammt. Da habe ich ja... Und damit wahrzina. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Wie gesagt, das erste Mal, dass ich Fancho-Mersche tatsächlich Ja, das zweite Mal, dass ich Fancho-Mersche Spiele erst gegen Bisschen holprig Figuren, die kann ich besser spielen Ist momentan, aber Ja, zweckdienlich, sagen wir mal so Schaden tut es immer noch blocken Oh, was? So ist der Das ist ja nicht mehr Ah Schade Blender Nicht Leider nicht durch So Hoffentlich komme ich noch irgendwie auf meinen Damage Hoffentlich Scheinfresser Oh Schön Mein Last Hit Das ist doch mal gut Ach Dengit Jetzt hätte ich ihn gerade Aber da ist er Wieder zurückgelaufen Oh ja Wutstockt ja wunderbar Ähm Oh 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 Shatter Ah, ich bräuchte einfach mehr Geld. Jetzt eigentlich bin ich im Level. Ja, war klar. Butch-Doktor ist nach hinten dran. Ja. Ich würde eigentlich lange mal hier verkaufen. Dann borte ich mich zum Top Tower. Jetzt legt da ein bisschen was. Hoffentlich. Nein, aber... Da will man immer besser werden, aber... Dafür... Was? Achso, der war noch da hinten? Ja, man hat ja noch andere Dinge zu tun. Wenn ich reinspiele, ich habe mittlerweile recht viel. Ah, scheiße. Schon recht viel Quote, aber... Ach, jetzt habe ich Rüstungsreduzierung. Hm, so ein Mist. Das sollte mein Leben leichter machen. Ja, wenn, dann... Das macht er sich nämlich wieder runter. Furchtbar, aber klar. Ja. Ja. Oh, Mann. In I go. So. Ja. Ich nehme einfach meinen Charm weg. Ich muss ja erstmal alle Figuren richtig kennenlernen. Ich habe immer noch nicht alle gespielt. Von daher. Okay. Wo sind sie? Ah doch. Okay. Gleichgewicht habe ich auch nicht sichtbar. Wunderbar. Figuren. Wunderbar. Ah, Moment. Da kann ich das hier nicht zerlegen. Da muss ich wahrscheinlich wieder irgendwo an einem Laden sein, da ich das zerlegen kann. Oh, mein Wauker hat sie nicht zerlegt. Wunderbar. Äh. Ja, da kommt schon. Und wo haben wir noch hier? Alter, was hat die schnellste hin? Da ist Waver, tatsächlich! Wo ist er? Muss doch irgendwo hier sein. Ach, der taucht gleich wieder drauf. Da ist er! Wunderbar! Ich weiß, nein, jetzt machen wir es in Wolken, okay. Wenn man es wirklich durchziehen wollen würde, dann... Ist das jetzt unter 35? Wenn, dann können wir nämlich doch mal abrufen. Der Ruf. So, okay. Der Hex ist da gerade nicht riesig. Ich bin natürlich drauf. Wo steht der denn zwischen die Tauern? So. Nicht schlecht, da steht er schon die ganze Zeit alleine. Und haut die weg. Okay. Klar wäre ich da geblieben. Der ist besser ausgegangen. Aber ich habe meine Fähigkeit, äh, oder mein Ziel, die ich nicht erfüllen kann. Ähm. Ach Gott. Stimmt, ich habe hier noch meinen Schuhe. Neunhundert. So. Gut, hier unten die noch. Was war der denn? Ha! 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 Heimkrieg. Handgriffstem. Wunderbar. Das hilft mir auch. Ganz gut weiter. Hm. Hanusim. Neunhundert. Ja, schon mal ganz gut. Wenn ich genug Geld hätte, würde ich ja immer noch sagen, man könnte sich noch einen Echo-Subber holen. Vielleicht kriege ich es ja jetzt schon hin. Stimmt, ich muss ja nur über 900 kommen, ne? 900 Damage. Ah, ja, ja. Komm schon. Ich habe es gesch... Nein, 888. Im Ernst? Im Ernst? Ich habe es noch nicht gesch... Schade. Oh, wer ist da? Wafer ist da. Jetzt ist er weg, will ich mal wetten. Das sollte mein Leben leichter machen. Eine für die Phantom. Nein. Scheiße. Unruhnt und Mörder. Unruhnt und Mörder. Unruhnt und Mörder. Unruhnt und Mörder. Jetzt geht es langsam. So langsam. Langsam, langsam. Wunderbar. Okay. Wie wäre... Irgendwann ist komisch an. Ich habe eine witzige Idee mit dem Echo. Aber ich brauche ja Damage. Damage, Damage, Damage. Das ist günstiger als... Desolator. Warte. Nee, als... Nee, als... Ah... Shit, wie heißt der da? Irgendwo hier. Der da ist, genau. Oh, ich habe ja meine Aufgabe erfüllt. Kombinierte... Power. Ist dann doch irgendeine Kraft. Machen wir mal so. Hat der da seine Kopie? Sniper. Oh, nee. Das sind zwei. Das... Das ist grün. Oh, nee. Maiden und... Weaver. Ähm. Muss nicht unbedingt sein. Einfach festhalten und dann... Dann muss er lassen. Wie ist diesen kleinen Attacken da? Ist er fertig. Ist er ja noch. Ah, ah, ah. Oh, oh. Wof, du hast rechtes looking. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Scheiße. Das ist gut. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Aber wir werden gewinnen, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Das ist die Hauptsache. Ach man. Wenn ich am Anfang noch nicht so oft gestorben wäre, dann könnte ich jetzt auch mehr Kills machen. Nein. Das ist jetzt natürlich ein bisschen heftig hier. Viele Gegner auf einmal, nur zwei Verteidiger. Wir müssen ja was machen. Ich steu mal endlich. Ex-Double-Kill, alles klar. Den kriegen wir auch noch. So, haben wir jetzt die Two-Side aufgehoben? Na ja. Mal sehen. Arbeite ich mich schnell mal mit der Querhuber? Okay. Okay. Es wird Ex erstmal noch gefährlicher für die anderen. Witch-Dog-Dormant-Haste, alles klar. Nicht blinken, oder du wirst aufgehoben. Du wirst aufgehoben. Du wirst aufgehoben. In Silenz. So. Die enemy's mittlere Barracks ist voll. Ich stehe in. Okay. Naja. Vielleicht sollte ich noch nicht vorne stehen. Daher kein anderer, dass ich mit den Puschen übernehmen will. Was uns natürlich hilft. Bestimmt einigen. Mit Battle Pass auch. Oh, ich könnte natürlich. Naja. Ist hier eigentlich im. Gibt es ein Sideschwer? Was? Bereits. Ach. Sideschwer, okay. Okay. Das könnte ich natürlich vorne nicht machen, aber... Äh. Ah. Hint hier. Oh, ich habe keine Idee. Wow, haben wir schon alle wieder erledigt. Ich glaube, das ist nahezu alle. Ich muss noch ein bisschen beeilen, bei den Sparks helfen. So. Was ist denn das denn überhaupt? Ach, das ist ein Broker, der kann ja... Alles klar. Naja, wenigstens habe ich gewonnen. Was hat er denn? Versuchen Sie, nachdem Sie die Unsichtbarkeit verlassen. Ja, gebt euch mal gegenseitig. Nein. Da hatte ich aber keine Mühe, wie ein 15 Stück nur. Hm. So, jetzt wüsste ich eigentlich noch diverse Quests erledigt haben. Ähm. Oh. Anderer Hintergrund. Ach, jetzt fehlen mir 50 bis zum nächsten Level. Wie sieht es eigentlich aus? Ah, ein Kill hätte ich noch gebraucht. Schade. So, was haben wir hier? Rauben Sie insgesamt 6000 Lebenspunkte von gegnerischen Helden mit Quellen von Lebensraub. Das... Boah. Da muss ich... Hm. Interessant. Jetzt kommen wir wieder in die machbaren Sachen rein. Sechs Kills bevor man 15 Minuten erreicht. Schon echt heftig. Allein zwei sind ja schon recht anstrengend. Wenn man es wirklich fokussiert, stirbt man ja dabei auch. Ähm. Ausweichen. Phantom Assassin. Oder? Moment. Ähm. 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 Phantom Assassin. Ist... Ich denke nicht einfach, ob es ausreichen kann. Also würde ich mal sagen, zaubern wäre auch ausgewichen, oder? Gucke ich gleich mal nach, ob das stimmt. Und, und dann, ähm, gucken wir mal, inwieweit das jetzt... Hm. Zaubern ausweichen. Wie weiche ich denn Zaubern aus? Ah, mal gucken. Vielleicht finde ich ja was. Also, sehen wir uns im nächsten Spiel. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.